Meghan wäre bereit, sich mit der britischen Königsfamilie zu versöhnen. Eine Adelsexpertin vermutet aber Hintergedanken. London, Meghan Markele, 43, und Prinz Harry, 39, haben den britischen Royals und dem Leben in England schon vor vier Jahren den Rücken gekehrt. 2020 traten sie als arbeitende Mitglieder der Königsfamilie zurück und zogen für ein privateres Leben zunächst nach Kanada, dann in die USA. Nun ist die Herzogin von Sussex bereit für klärende Gespräche. Experten vermuten aber unehrliche Hintergedanken. Herzogin Meghan, sie erwartet von König Charles und Co. eine Entschuldigung. Sie ist immer noch tief verletzt davon, wie die Königsfamilie sie behandelt hat, und das ist vier Jahre her, sagt nun die Royal-Biografin Angela Lewin gegenüber KB News über Herzogin Meghans, welche zuletzt für einen Ansturm auf König Charles Schaub sorgte, Gefühle bezüglich der britischen Königsfamilie. Trotzdem sei sie bereit, sich mit den anderen Mitgliedern der Familie zusammenzusetzen, um die Dinge durchzusprechen. Lewin fügte gegenüber ihrer Interviewpartnerin Nana Akua hinzu, Wir wissen, dass das bedeutet, dass sie von der Königsfamilie, König Charles und allen anderen eine Entschuldigung will, aber das werden sie nicht tun. Stattdessen ist Lewin überzeugt, dass eigentlich Meghan diejenige ist, die sich entschuldigen sollte, doch auch das wolle die Königsfamilie nicht. Auf Akua's Erwiderung, dass eine Versöhnung der Familie sicherlich schön wäre, antwortete Lewin jedoch. Ich denke, es liegt daran, dass Harry und Meghan so unbelebt werden und jetzt die Royals brauchen, um sie wieder nach oben zu pushen, weil die Leute sich nicht mehr für sie interessieren. Das ist die Schwierigkeit daran. Hintergedanken bei Versöhnung, Meghan will ihre finanzielle Situation verbessern. Dass Meghan gerade jetzt bereit ist, sich mit der Königsfamilie zu versöhnen, scheint kein Zufall zu sein. Ihr Multimillionen-Deal mit Netflix läuft nächstes Jahr aus und bereits jetzt sind die Kritiken für ihre kommende Koch- und Gartenshow eher ernüchternd. Ob Netflix danach weiterhin Interesse an den Sussexes hat, ist fraglich. Deshalb will sich Meghan aktuell mit ihrer eigenen Marke American Riviera Orchard, mit der sie Heimartikel und Marmeladen verkauft, ein weiteres Standbein aufbauen. Aufmerksamkeit der Königsfamilie würde dabei helfen. Angela Lewin sagte gegenüber GB News, sie versucht, Beatrice und Eugenie zu kriegen. Sie stehen oben auf ihrer Liste, um ihr beim Verkauf ihrer Marmeladen zu helfen. Und sie hofft wirklich, dass Charles auch eine nehmen wird. Es käme von einer wirklich guten Quelle, dass das ihre Ausrede wäre, die Probleme aus der Welt zu schaffen, aber es ist auch eine Möglichkeit für sie, ihre Produkte zu verkaufen.